3D-Druck von Perücken der Zukunft Der 3D-Druck-Nerd-Kanal demonstriert, wie mit 3D-Druck können sie eine herrliche Nachahmung von naturalistischen Haaren machen. Wahrscheinlich wird in Zukunft diese Technologie verwendet werden, um Plastikperücken zu kreieren. Hersteller von 3D-Druckern sind sehr schwierig, die Verbraucher zu überzeugen, eine riesige, laute Maschine zu kaufen, die 12 Stunden dauert, nur um ein herkömmliches Plastikschlüssel zu machen. Aber auch wenn der volumetrische Druck der Öffentlichkeit vor kurzem zur Verfügung steht, sind bereits Enthusiasten in dieser Kreativitätsrichtung erschienen, die manchmal in der Lage sind, erstaunliche Dinge zu machen. Da der Kopf des Löwen aus Kunststoff schichtweise entsteht, entsteht ein individuelles Haar in Form langer dünner Stränge, die anfänglich gerade und gerade haften. Jeder von ihnen ist an der Außenseite des Kunststoffzylinders befestigt, der gleichzeitig mit dem Haar bedruckt wird. Nachdem der Plastik die fertige Form genommen hat, ist er ordentlich mit einer Schere getrimmt und mit einem Föhn gestapelt, genau wie echtes Haar. Das Ergebnis sieht aus wie eine Werbekampagne von jedem Haar-Styling bedeutet. Während sie heiß sind, fallen sie auf den Kopf der Löwenkaskade, aber wenn gekühlt, wird die herrliche Frisur für immer behoben werden. Um Perücken zu schaffen, wird derselbe Prozess verwendet, nur in diesem Fall wäre die Basis eine Form aus dem menschlichen Kopf, und die Farbe des Materials würde auf Wunsch des Kunden ausgewählt werden. Solch eine Perücke muss nicht ständig gelegt werden, es ist völlig feuchtigkeitsresistent und hat keine Angst vor Schmutz, aber es ist nicht jeder, der sich entscheiden wird, plastisches Haar auf dem Kopf zu tragen.